Yo 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 Gang, David am Start hier für euch und heute geht es um einen raffinierten Betrüger, der sein Unwesen auf Ebay-Kleinanzeigen treibt. To the gods! Und zwar wurde dieser Betrugsfall uns von einem Gangmember herangetragen, der hat uns nämlich bei Instagram einen Link geschickt zu einem Angebot auf Ebay-Kleinanzeigen. An dieser Stelle deshalb nochmal Shoutout an dieses aufmerksame Gangmitglied. Ich blende euch einfach mal ein Screenshot von diesem Angebot ein und da steht UFO361 Merch, Wave-Album, limitiert, Preis 300 Euro auf Verhandlungsbasis. Na gut, 300 Euro, relativ pricey, aber wenn das Design stimmt, dann kann man das mal machen, oder? 300 Euro für so ein schönes T-Shirt ist ja nice. Das Design und die Quali müssen dann einfach stimmen. Und dann schauen wir uns doch einfach mal die Produktbilder an. Und da fällt was auf. Nämlich, dass das neue UFO361 Merch wahnsinnig geil aussieht. Die Designs könnten glatt von uns kommen. Surprise, surprise, tun sie ja auch. Das ist nämlich ein Design von unserem letzten Culture Culture Drop. Wavy heißt dieses Design. Ist jetzt aktuell leider nicht mehr verfügbar, aber war halt eine lange Zeit verfügbar. Und dieser Dude hat sich einfach gedacht, okay, preislich würde ich das eher so bei 300 Euro sehen. Bieten wir das Ganze doch einfach mal bei Ebay an und verkaufen das als UFO361 Merch. Man fühlt sich natürlich schon irgendwie geschmeichelt, dass unsere Klamotten mittlerweile einen Wiederverkaufswert von 300 Euro haben. Aber ich dachte mir, man müsste noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und verstehen, was hat sich dieser junge Mann denn eigentlich dabei gedacht. Dann war natürlich die Frage, wie gehen wir am besten vor? Jonas und ich, wir haben uns ganz lange, nächtelang haben wir uns mit unseren Anwälten beraten. Experten wurden auch zurate gezogen und wir haben uns nach langer, reichlicher, gründlicher Überlegung entschlossen, dass es am besten wäre, wenn wir ein kleines Undercover-Experten-Gremium gründen würden, das keine Kosten und keine Mühen scheut und einfach mal ermittelt. Als ersten Schritt haben wir uns deshalb ein kostenloses Web.de-Konto erstellt und danach haben wir uns ein kostenloses Ebay-Konto erstellt und agieren seitdem unter dem Decknamen Carlo T. Anonym auf Ebay, weil, surprise, surprise, wir sind nämlich auch Crow. Nachdem das Setup also fertig war, kam es zum ersten Punkt der Kontaktaufnahme. Deshalb haben wir geschrieben, hallo Nils, ich bin an dem Shirt interessiert, würde aber gerne wissen, ob man da noch etwas am Preis schrauben kann. Aktuell ist es viel zu teuer, viele Grüße, Carlo. So, darauf kam erst mal Funkstille, erst mal kam gar nichts, ja? Und dann irgendwann antwortet er, der Fisch, der Fisch hat angebissen, ja? Er hat nämlich geschrieben, würdest es für 40 kriegen, ist aber nicht mehr limitiert inzwischen. Äh, okay, also unser eigenes Shirt ist nicht mehr limitiert. Okay, 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 verstehe, äh, alright, ist in Ordnung. Wir mussten schnell reagieren, schnell reagieren. Äh, deshalb haben wir dann geantwortet, oh super, dass du mir da so entgegenkommst. Können wir vielleicht 35 sagen, wo hast du das Shirt eigentlich her? Und das nennt man jetzt nach Informationen fischen, ja? Also das ist eine Taktik, die haben Jonas und ich uns gemeinsam ausgedacht. Mit ganz gezielten Fragen versuchen wir einfach immer mehr Informationen rauszubekommen, dass wir den Täter auf frischer Tat beim Lügen ertappen. Danach hat er sich wieder eine Woche Zeit gelassen, gab wieder Funkstille. Und dann hat er geantwortet, aus Luxemburg, ja, das ist ein super Preis. Aha, aus Luxemburg also. Sagt uns zwar eigentlich gar nichts, aber interessant, dass es eigentlich aus Luxemburg kommt. Das halten wir uns einfach mal im Hinterkopf. Und das ist ein super Preis. Das zeigt einfach nur, dass wir gerade von 300 Euro auf 40 Euro runter verhandeln konnten, ohne Probleme. Der Täter scheint also sehr verhandlungswillig zu sein und möchte den Deal vermutlich sealen. Deshalb denken wir uns jetzt, wir müssen zuschlagen. Wir schreiben deshalb also, okay, wie können wir den Deal jetzt abwickeln und können wir beim Preis doch noch etwas machen? Ich würde sagen, Drolfs Cent wären angebracht, da es eigentlich Culture Culture Klamotten ist. Wäre natürlich Sinn, aber unter so viel Druck konnte ich den Plural nicht vom Singular unterscheiden. Und dann nochmal das Reveal. Hier schreibt Dave von 2BG. Danach hieß es erstmal wieder warten. Das war echt die längste Woche meines Lebens. Und Jonas und ich, wir haben uns echt jeden Tag gefragt. Wird er uns jemals wieder antworten? Können wir endlich dieses Shirt bekommen? Weiß er überhaupt, was Drolfs sind? Haben wir ihn vergrault? Ist es eigentlich ein Gangmember, das sich jetzt in den Boden schämt? Wer steckt hinter diesem Account? Am 20.06. kam also die Antwort. Haha, ist abgemacht Dave. Ich weiß zwar nicht, was 2BG ist, aber für 3 Cent wären wir im Geschäft. So, und in diesem Moment ist mir einfach der Kragen geplatzt. Der Typ kennt 2BG also nicht. Ich meine, 2BG ist ähnlich wie gemischtes Hack der einflussreichste YouTube-Kanal Europas. Das geht einfach nicht an. Deshalb standesgemäß unserer Antwort, no way. Du kennst 2BotGuys not? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Seine Antwort daraufhin, nein, ich kenne nur die Band S1. Da dachte ich mir nur so, okay, 2BG oder 2BotGuys hört ja fast an wie S1. Das war auf jeden Fall worth mentioning. Danke für die Info. Auf jeden Fall ist seitdem der Kontakt zu dem Betrüger abgebrochen. Und seit einigen Wochen ist dieser Artikel auch einfach nicht mehr verfügbar. Und ich hoffe einfach nur, dass er es einfach offline genommen hat, weil wir ihn entlarvt haben. Und dass niemand sich dieses T-Shirt gekauft hat. Zumindest nicht für mehr als, was weiß ich, 30 Euro oder so. Und alle UFO-Fans, ich hoffe einfach, dass sie vorher abgecheckt haben, wie UFO-361-Merch wirklich aussieht. Ich hoffe einfach mal, dass da jeder genug Logik und Menschenverstand hat und nicht auf diese Masche reingefallen ist. Und natürlich ist das hier jetzt alles relativ witzig aufgearbeitet. Aber am Ende des Tages ist es halt doch einfach Betrug. Und er hat einfach versucht, Leuten Klamotten für 300 Euro zu verkaufen, die er sich wahrscheinlich für 30 Euro weniger als 30 Euro gekauft hat. Und das ist einfach nur hart asozial. Und das Ganze ist doch einfach nur super, super unnötig. Auf den Nacken von irgendwelchen Unwissenden nochmal irgendwie Profit zu machen. Das ist einfach armselig. Lass sowas doch einfach sein. Und auch du, Mr. Ebay-Betrüger, lass doch einfach sein nächstes Mal. Wenn du scharf darauf bist, mit Klamotten Geld zu machen, dann leg dir doch einfach ein Teespring-Account an. Da kannst du einfach selber irgendwie Designs hochladen und kannst ihn einfach an so viele Menschen, wie du willst, verkaufen, wenn die Designs lit sind. Das kannst du einfach probieren und dann kannst du damit Geld machen und nicht auf so eine komische, betrügerische Weise. Und am Ende des Tages fühlst du dich dann wahrscheinlich auch besser. So, liebe Gang, so viel zu diesem Thema. Wer den echten Culture-Culture-Stuff gerne mal abchecken möchte, der kann das gerne tun. Die Designs, die wir im Juni gedroppt haben, sind weiterhin erhältlich. Und es wird vermutlich auch noch etwas dauern, bis wir wieder neue Sachen droppen, weil gerade einfach super, super viel bei uns zu tun ist. Ihr habt es ja gelesen, wir sind auf der Suche nach einem Motion-Designer. Deshalb hier nochmal das Shoutout. Wer irgendwen kennt, der gut mit After Effects umgehen kann. Der wahnsinnig, wahnsinnig gute Videos in After Effects machen kann. und eventuell Bock hat, nach Amsterdam zu ziehen. Bitte, bitte, gebt dieser Person unseren Kontakt. Alle Bewerbungen einfach an jobs.simplicissimus.co und wirklich, wenn ihr wen kennt, einfach mal Bescheid sagen. Hier, die Jungs von Simpli, die suchen da wen. Dafür wären wir euch echt wirklich dankbar. Und bis dahin bleibt eigentlich nur eines zu tun und zwar, feiert gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.